Hallo zusammen, heute zeige ich euch ein paar Ausschnitte aus meinem Leben als Immobilieninvestor in England. Ihr werdet ein paar Häuser sehen, ein paar Besichtigungen und ich bringe euch einfach mit, was wir immer so machen. Das Ganze wurde in den letzten Monaten während Corona gefällt. Falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert diesen Kanal und schreibt mir einfach in den Kommentaren, was ihr gerne sehen wollt. Ja, also die Immobilie ist schon schön. Die richtige Größe, wir können eventuell einen Dachstuhl ausbauen und ich schaue jetzt gerade, wie groß die Zimmer sind. Also wir haben zwar da Angaben vom Estate Agent, aber wir prüfen das immer selber nach, weil manchmal ist ein Zahlendreher drin oder die Dimensionen stimmen einfach nicht. Und deswegen messen wir das immer selber nach mit unserem Laser und dann schauen wir, was wir aus dem Haus zaubern können. Naja, die Renovierung, die ist, die Renovierung ist das einfachste und man muss schauen, ob der Platz da ist. Das ist ein sehr interessantes Objekt. Das war eine Einzimmerwohnung und Zweizimmerwohnung. Das war früher unten ein Laden und schon vor Jahrzehnten ist das umgebaut worden. Ja, da schauen wir jetzt, ob man das eventuell in eine WG umbauen kann. Hinten ist eine Garage. Und deswegen ist eventuell Wohnraum. Garagen sind das günstigste zum Umbauen. Ist billiger als ein Neubau und wird normalerweise nicht im Preis mit eingerechnet. Demher ist es recht günstig, den Wohnraum umzubauen. Eventuell können wir noch einen Dachstuhl ausbauen. Wir haben jetzt leider keine Leute dabei, damit wir in den Dachstuhl reinschauen können. Aber wir zählen jetzt einfach die Anzahl der Steine. Anzahl Steine mal Höhe, dann wissen wir auch, wie hoch das Gebäude ist. Schauen wir mal. Kleiner Effizienz-Tipp, wir haben alle unsere Besichtigungen im Google-Kalender und da klicken wir einfach nur drauf und klicken auf die Adresse und zack, fertig und dann ist bloß da hingeklebt und so geht es zum nächsten. Das sind 20 Quadratmeter und wir brauchen ein bisschen mehr als 20 Quadratmeter. Das Haus von gerade eben war okay. Zustand ist natürlich heruntergekommen. Bruchbude. Von dem her optimal, aber der Preis ist ein bisschen zu hoch. Von dem her müssen wir da ein bisschen verhandeln. Aber das Interessante ist, da sind zwei Nachbarn und die schauen genauso kaputt aus. Von dem her werden wir einen Brief schicken, ob es sich eventuell Privatverkauf schon mal überlegt haben. Genau, schauen wir, was da rauskommt. Also wir haben uns jetzt gerade das Haus da angeschaut von YourMove. Aber wenn man da rüben schaut, Nummer 31 da und Nummer 19. Die werden einen Brief von uns erhalten. Was man nicht alles entdeckt, wenn man in der Gegend rumfährt. Schau her. Die kriegen auch einen Brief. So lange wir jetzt hier im Stau stehen, haben wir ein bisschen Zeit, euch zu erklären, was wir eigentlich machen. Also wir haben heute sieben, glaube ich, Immobilien. Schauen wir an. Und wir gehen jetzt erst nach Corona. Es ist Wahnsinn, wie der Markt ist. Also es gibt wenig Leute, die verkaufen, aber viele wollen kaufen. Und von dem her ist einfach der Wettbewerb unglaublich hoch. Und da muss ein bisschen raffinierter werden oder ein bisschen kreativer werden, wie man den Wert von der Immobilie steigern kann. Aber es sieht ja noch aus, wie wenn wir da jetzt noch ein bisschen warten müssen. Also es gibt einfach zu viele Leute, die jetzt einfach verzweifelt sind und wollen einfach irgendwas kaufen. Und ja, da hat man als Investor die schlechteren Karten. Also da heißt es erst mal abwarten. Aber es kann ja sein, dass gewisse Käufer jetzt glauben, dass sie kaufen wollen. Aber dann dauert der Kaufprozess noch zwei, drei Monate. Eine Hypothek muss beantragt werden und so weiter. Und da kann es eben sein, dass der Käufer abspringt. Kurz vor zwölf. Und dann ist es vom Vorteil, dass wir die Immobilie schon mal angesehen haben. Und dann können wir die schnell kaufen. Und das ist jetzt unsere Strategie. Ansonsten schauen wir uns Immobilien an. Wo können wir was drambauen? Wo können wir den Dachstuhl ausbauen? Wo können wir Garagen umbauen? Und so weiter. Also Möglichkeiten zu finden, wie kann man den maximalen Wert von der Immobilie herauskitzeln? Und das ist einfach ungenutzten Raum in Wohnraum, um zu wandeln. Kostet natürlich was, aber der Kosten-Nutzen-Faktor muss natürlich höher sein. Aber wenn es gegeben ist, dann schauen wir uns die Immobilie an. So, das war ein kleiner Einblick in unser Leben in England. Wie gesagt, für mehr Videos, Daumen hoch, Abonnieren und Kommentare. Bis zum nächsten Mal!